Im Rahmen des Schulunterrichts habe ich mich mit dem Selbstbildnis von Sabine Lepsius befasst. In dieser Ausstellung geht es um Frauen des 20. Jahrhunderts, die ihre Vorlieben in der Musik- und Kunstwelt nicht ausüben konnten. Wenn man sich nun das Gemälde etwas genauer anschaut, so sieht man, dass es sehr bedrückt wirkt. Auch die Farben unterstützen diesen Aspekt. Die Lichtverhältnisse, die besonders auf das Gesicht gerichtet sind, und auch ihr Gesichtsausdruck deutet darauf hin, dass sie etwas bedrückt bzw. dass sie sehr traurig ist. Wenn das Gemälde etwas länger aus sich wirken lässt, regt es einen sehr zur Recherche an. Mich zumindest hat es dazu angeregt, zu hinterfragen, warum sie sich so dargestellt hat, mit diesem Gesichtsausdruck und mit diesem Blick. Auch ihre Haltung kam mir etwas merkwürdig vor, weswegen ich mich gefragt habe, warum sie sich nicht als starke, unabhängige Frau gesehen hat. Und ob das Gemälde überhaupt für die Öffentlichkeit gedacht war. Ich habe noch, glaube ich, die Öffentlichkeit machen, was man sah im Blut auch in den